Scheiße, about now? Komm, los! Lass mich mit ihm reden! Lass mich einen Moment mit ihm reden! Sind Sie ein Kommunist? Hä? Was halten Sie denn davon? Die sagen dir andauernd, was du zu tun hast und zu denken oder zu fühlen. Würden Sie gern scharf sein? Wie all die anderen Typen waren? Näh! Näh! Diese Scheiße muss ich mir von dir nicht anhören! Möchten Sie gern 8 oder 10 Stunden irgendeinen Scheiß arbeiten, nichts dafür kriegen, nichts haben? Möchten Sie an jeder Ecke eine Schiwate-Rummelung ansehen, der Ihnen nachgabt, alles beobachtet, was Sie tun, was Sie sagen? Wollen Sie das? Wissen Sie, dass ich dreimal am Tag Oktopus gefressen habe? Mir wechselt beschissene Oktopus schon zu meinen Ohren raus, Mann. Ich trag diese beschissenen russischen Schuhe, da kommen vorne die Zehen raus. Stehen Sie auf sowas? Wollen Sie, dass ich da bleibe und nichts tue? Also, ich bin kein mieser Krimineller. Ich bin kein Punter, kein Dieb. Ich bin Tony Montana, ein politischer Gefangener aus Kuba. Und ich will hier meine scheiß Menschenrechte, ne? So wie das euer Präsident Jimmy Carter erzählt. Okay? Carter sollte sowas mal mitkriegen, das ist schon toll. Was sagst du zu dem, Harry? Ich glaub kein Wort von dieser Scheiße.